So, was haben wir vorbereitet für euch? Liebe Freunde, wir haben vorbereitet für euch eine schöne Studie, also eine Studie, eine Liches-Studie. Da habe ich alles reingepackt, was mir der liebe Carsten Müller zugeschickt hat. Und da werde ich eins nach dem anderen, die sehen die Züge hier nicht. Ach so, aber die Stellung können sie sehen. Die Stellung, die sehen das hier. Alferweiß zieht und hält Remi. Ich beurte meine ersten veröffentlichten Studie in der Kolumne, in der Originals-Kolumne. Und hier rechts sehen wir die Züge, wie die nur für uns. Aber die sehen nur das hier. Also ich sehe praktisch das, was die Zuschauer auch sehen. Genau, das hier, das ist das, was die Zuschauer sehen im Livestream. Deswegen kannst du auch kontrollieren, ob du zu sehen bist. Wie toll ist das, dass du in einer Serie in echt da sitzt. Ist cool, oder? Jetzt wird es Anspruchssport. Aber Leute, Carsten, nochmal jetzt. Ich mache jetzt nochmal die Einführung. Wir haben jetzt kurz vor drei, Carsten ist jetzt bei mir bis kurz vor vier. So ein Stündchen machen wir, ist okay. Ja. Dann kommt nämlich Rasmus als nächster Gast. Aber der ist dann online. Alle online. Du bist mein einziger Gast. Aber viele Grüße an Rasmus, natürlich auch online. Schöner Bart. Wann hast du den Bart eigentlich? Ungefähr anderthalb Monate. Also auch die Dauer, was ja sowieso in der Apotheke war, war dann so eine ältere Frau mit Hund, die, weil sie zur Seite gegangen sind, meinte, die, der frisst besonders gerne junge Männer. Da habe ich gedacht, gut, jetzt muss ich zurückschlagen. Ah, nicht schlecht. So. Nochmal, Carsten Müller ist Großmeister. Er ist wirklich, wirklich einer der Endspiel-Experten Nummer eins auf der ganzen Welt. Er hat schon super viele Bücher geschrieben, sehr viele Deportés rausgebracht für Chesspace. Eine Reinkarnation von Steinitz. Du siehst, was so ein Bart gleich bewirkt. Also was der für Unterschied macht. Ach so, stimmt, mit dem Bart. Wolltest du, dass du das Glas hier nicht umkippst, ne? Das muss man schon mal achten. Ja. Vorsicht, das Glas hier. Immer aufpassen. Und Carsten hat auch ein Buch mitgebracht, was wir verlosen. Ich hatte sowieso von Carsten was rausgesucht. Zwei Bücher. Wir werden aber eins der Bücher verlosen hier. Ich glaube, das Buch habe ich sowieso. Hast du mir sowieso schon geschenkt? Na, das, aber gut. Aber egal. Das, naja. Ach, das ist Queen and Games. Ja, das glaube ich nicht, denn das ist ja relativ neu. Stimmt. Dann machen wir, stimmt, das habe ich nicht. Das behalte ich. Ich verlose zwei Bücher von Carsten. Das eine ist The Chess Cuffey Puzzle Book Test and Improve Your Defensive Skills. Denn das habe ich doppelt. Ich habe es in Deutsch und in Englisch. Ah, okay. Deswegen verlose ich das englische Buch. Johnny, das verlosen wir. Das ist ein Buch, das hat er mal geschrieben für den englischen Verlag, für den amerikanischen Verlag. Das ist ein drei- oder vierteilig gewesen. Taktik, es ging um Taktik, es ging um Strategie, Position. Und das ist ein Buch, womit man seine Verteidigungsfähigkeiten verbessert. Ein Klassiker. Das andere Buch ist aus der gleichen Reihe, allerdings auf Deutsch. Und zwar Carsten Müller, Schachttaktik. Teste und verbessere deine taktischen Fähigkeiten. Freunde, das hier. Das ist auf Deutsch. Das habe ich auch doppelt. Das habe ich auch doppelt. Deswegen, die beiden Bücher werde ich verlosen hier. Jetzt innerhalb der nächsten Stunde, wo Carsten Müller mein Gast ist. Die beiden Bücher. Und das sind nur zwei von vielen, vielen Büchern, die Carsten geschrieben hat. Ich muss sagen, das ist inzwischen so ein bisschen noch dein Hauptberuf. Bücher schreiben, DVDs machen. Ja, in der Corona-Zeit bin ich ja ein Jahr noch weitgehend auf die Bremse getreten und habe dann vier Bücher geschrieben. Ich konnte ja unterhalb, also natürlich mit, den meisten mit Co-Autor. Ich konnte auch das Tregen mit Louis nicht mehr fortsetzen. Da haben wir gedacht, also ich weiß gar nicht mehr, von wem die Idee eigentlich war. Aber dann schreiben wir eben ein Buch zusammen, weil das sonst ist alles ja nicht ganz so einfach. Aber im Nachhinein scheint das auch eine sehr gute Idee gewesen zu sein. Aber vorher weiß man das ja immer nicht. Aber Louis hat das auch sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ich will es sein erstes Buch war und das ist ja auch noch nicht. Das ist schon wirklich beeindruckt. Ja, wir haben ja auch zusammen ein Buch geschrieben, italienische Eröffnung. Das war zusammen mit Carsten. Das ist ein paar Jahre her, vier Jahre oder so. Ich bin da ganz zufrieden mit, wie das gelaufen ist. Ziemlich erfolgreiches Buch letztendlich auch. Es ist aber auch schon wieder fünf Jahre her schon. Die machen jetzt Verlosung, schreiben die, weil die müssen den Command eingeben bei sich zu Hause. Deswegen kommt hier, warum Verlosung da steht. Ich bin halt hier noch nicht so fit. Carsten ist völlig fasziniert gerade vom Chat hier, was da gerade abgeht irgendwie so. Aber eine relevante Sache war im Chat auch schon gewesen. Ich weiß natürlich nicht mehr von wem und wie und ist auch schon länger her. Und sie hängt auch mit Verteidigung zusammen und auch mit dieser Stellung. Ja, wenn aber G6 die Lösung wäre, dann wäre das ja keine Pointe einer Studie. Aber richtig ist natürlich, warum, aber sehr wichtig ist natürlich ganz klar. Also das ist schon länger her, da war die Idee mit G6 gekommen, aber G6 ist nun falsch. Aber warum ist es falsch? Das ist natürlich einmal sehr wichtig. Du musst bedenken, wir haben hier keine Profis, die zuschauen. Da sind eher so, ich sag mal Durchschnittsniveau. Durchschnitts-Liches-Niveau. Und deswegen müssen wir sie so ein bisschen ranführen. Du hast hier... G6 ist auf jeden Fall die erste Idee und auch für die Studie sehr wichtig. Also das ist natürlich die Hauptver... Fragezeichen. Die Hauptverführung der Studie. Schlecht dazu. Warum ist G6 kein guter Zug? Warum gewinnt G6 nicht? Ja, er hält das in Kremis. Also es ist ja eine Weißziel- und hält Kremis-Studie. Also es passt ja auch zum Thema Verteidigung. Stimmt. Sogar in einem gegen Dr. Helmut Pfleger habe ich noch nie gespielt. Aber seine Fernsehsendung habe ich natürlich oft gesehen und die waren auch unglaublich gut. Aber am Brett sind wir uns nie begegnet. Das passt ja wahrscheinlich nicht so ganz. Na ja. Wir haben zwar zusammen in Bundesliga-Kämpfen gespielt, aber ich habe nie gegen ihn gespielt, weil ich da nicht so weit oben gespielt habe. Ich bin ein schlechter Gastgeber. Ich habe dir ein bisschen Wasser angeboten. Aber ich habe heute vor zwei Stunden Satsiki-Stream gemacht. Ich habe Satsiki live im Stream gemacht. Kann ich dir ein bisschen Satsiki anbieten? Alles gut erst mal. Alles gut. Alles passt so. Super. Bleibt wer für mich übrig? Genau. Für Michael. Michael kommt irgendwann vorbei. Was hatte ich ihm gesagt? Michael Schenk. Kennst du Michael Schenk? So will ich. Das ist erstmal HSK jemand. Egal. Kommt irgendwann vorbei und will sich ein bisschen Satsiki abholen. Ah. So. Passt. Warum geht G6 hier nicht? Genau. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Idee ist natürlich mit Weiß mit F7, F80 eine neue Dame zu holen. Und ja, das geht auch. Aber es scheitert letztlich am Ende doch. Okay. Man kann sich zwar eine Dame holen, aber es nützt nichts. Genau. König G3. Ich kann den König wegziehen. F7. H2. H2. F8. H1 Dame. Schach. König G5. Dame H4 Schach. König F5 und Dame H4. Gewinnt die Mama. Nee, ist Matt. Ach so, ja. Ist Matt. Stimmt. Ist die Mama. Stimmt. Es gewinnt es ja Matt. Ist aber schon Matt. Ist ja Matt. Das ist übrigens ein kleiner, also wir sind in der Welt der Studien, da gelten wir uns an den Maßstäbe. Das ist natürlich ein Mini-Nachteil, dass man hier, also, aber Kritik auf extrem hohem Niveau, wir haben hier ein Doppelmotiv. Wir sind Matt und Gewinn, die Damen. In der Studie wäre es am besten, man hätte nur ein Motiv. Das ist ein kleiner. Also für einen Wackelgeist ist das natürlich unerheblich. Das ist natürlich unerheblich. Also das ist der Grund, warum ein G6 nicht funktioniert. Da ist ja ziemlich einfach eigentlich, oder? Freunde? Ja, aber es ist doch ein Matt. So ist doch so ein schönes Matt. Ja, sicher. Na gut, aber was können wir denn noch so machen? König G6? Konstantin ist übrigens ein sehr talentierter junger Mann aus Österreich. Was, ich bin, kennst du vom Namen mehr? Konstantin Peira? Äh, doch, 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 ist, woher, hat er, also, ich, oder, ich, nicht, dass ich jetzt hier durcheinander bringe, aber ich meine, ich hätte es schon mal gehört und ist ja nicht auf Chesspies auch, aber, aber ich, nicht, dass ich da jetzt ja alles durcheinander bringe, das ist natürlich nur mit dem Namen so ein bisschen gefährlich, dass ich, ich kann das nicht sagen, aber mir kommt der Name, irgendwie Peira zumindest, kommt bekannt vor, aber wir haben natürlich, hat dann Leo Meise gedenkt, okay. Ich, ähm, das, das ist das Problem mit denen, ähm, mit denen, dass wir halt, ja, keine Klaren Namen haben. Genau, mit den Nicknames, ja, ja. Aber ich hab den Namen ja genannt. Ja, und das, Peira, das kommt mir, also, persönlich kenne ich ihn nicht, aber das ist, ich, naja, du kannst es ja mit dem Chesspies und dem anderen, die ganzen Nick, ist, ja, er, Konstantin könnte es aufklären, also. Ich glaube auch nicht, egal, hat man beim Leo Meise gedenkturnier mit gespielt, okay, na gut, dann, okay. Dann war er mal in Hamburg. Okay. Okay, gut, machen wir immer weiter, machen wir immer weiter. Das muss ich das passende Ding nicht geben. Erstmal König die 6 wäre ja eigentlich sonst der zweite Kandidat oder nicht. Ich meine, König die 4 ist die richtige Lösung, aber das ist ja, das ist schon ziemlich merkwürdig, oder man geht da zurück, ne? König die 6 wäre ja die Alternative, aber das gilt nicht genau. Und dann gewinnen die Damen gegen den Gehbauer. Und die Damen gegen den Endspiel Wissen. Ja, die gewinnen natürlich auch wieder alles mögliche, aber man weiß, dass ja, man hat gewisses Buchwissen, hat man ja. Nein, ganz langsam, Carsten. Wir reden hier nicht mit den fortgeschrittenen Schachspielern. Ganz ruhig. Der Gehbauer ist gewonnen. Welche Bauern sind Remis? Das müssen wir wiederholen im Damen-Endspiel. Welche Bauern wären Remis hier? Wobei es immer auch auf die Stellung des Königs ankommt, aber der ist relativ weit weg hier. Genau, mit H7 oder F7, also mit Turm- oder Läuferbauern, gibt es Gewinnzonen für den König. Wenn dieser Bauer hier stehen würde, oder da, dann wäre es... Jetzt wie, aber wenn der schwarze König sehr dicht dran wäre, nämlich innerhalb der Gewinnzonen, dann wäre es dort gewonnen. Aber dann gibt es Gewinnzonen. Merkt euch das. Ja, ja, Gewinnzonen. Aber hier ist halt das ganze Brett die Gewinnzone, deswegen können wir direkt abbrechen. So, ihr merkt schon, wie schnell sein Gehirn funktioniert. So, König G4 bleibt dann übrig und gewinnt, aber warum gewinnt, Karsten, vergesst das, wie hier... König G4 hält Remis. Also, wir haben... Ah, Remis, ich sag, warum sag ich mal gewonnen? Wir haben ja eine Weißziele. Ja, ich weiß auch nicht, warum das... Ich habe ja öfter so in den Endspielen so studienartige Momente. Trotzdem ist das unglaublich schwer, daraus Studien zu machen, weil die Ansprüche der Studienwelt so extrem hoch sind. Das war das erste Mal, dass es hier geklappt hat, dass die Studie auch schiebt. Und das ist ja der fünfte Zug hier. Die Züge davor sind nur so ein bisschen merkwürdig. Das ist halt die Hauptpul. Ah, er hat schon abgeschnitten. König G4. So, was würdet ihr hier mit Schwarz ziehen, wenn ihr gewinnen wollt? Ich würde... Ich überlege, ich müsste rechnen. König G2 oder Läufer F7. Andere Züge gibt es hier nicht. Läufer F7 kontrolliert die Bauern. König G2 lässt den Bauern laufen. So, König G2, G6, H2, F7, Dame F8, Dame H4 geht nicht. Dame H3 Schach, König G5. Das ist aber Remi wahrscheinlich. Ganz richtig, das ist richtig. Ja, das ist das Remi. Läufer F7, dann hätten wir halt König F5. Das ist auch ganz einfach. Deswegen, lass uns mal mit König G2 weiter machen. Okay, Läufer F7 sagt, Carsten ist König F5 mit der Idee G6 Remi, weil wir auch natürlich eine Dame bekommen, sehr schnell mit Weiß hier. Okay, das verstehe ich. Deswegen ist König G2 ein Bestand. König G2. War ja auch deine erste Intuition. Häufig sind ja die ersten Intuitionen gut. Ja. G6 ist der logische Zug hier. Nein, doch, doch. Der einzige Zug. Ja, G6, um F7 zu spielen, logischerweise. Genau, Läufer F6. Erstmal bedanke ich mich hier bei Damenläufer für den Sub. Danke dir. Ja, Carsten Müller kann die Bücher signieren. Der ist ja da. Müssen wir nur dran denken. Müssen wir nur dran denken. Ich packe sie aufs Bett. Und dann denken wir dran, dass Carsten sie signiert nachher. Das ist eine gute Idee. Danke euch. So, wir haben hier zwei Züge mit Schwarz. H2, haben wir gesagt, ist Remi. H2 ist Remi wegen F7. Dame. Dame. Und hier ist einfach, weil es eine Dame bekommen ist, das ist nicht zu gewinnen für Schwarz. Ach so, wir hätten Läufer E6 scharf noch ein. Wir hätten 4, König G4 jetzt noch Läufer E6 scharf geben sollen. Das stimmt. Das ist noch besser. Das ist eigentlich die Lösung. Nicht König G2. Die Studienhauptbeiratung. Läufer E6 scharf, König F4, G2, G6, H2. Weil jetzt der König nicht nach G5 konnte, sondern nach F4 musste, gibt es jetzt die nächste Falle. Jetzt ist der einzige Zug. Ah, F7 geht jetzt nicht, weil die Dame am Ende Schacht die Dame gewinnt. Jetzt ist es kein Matt. Wie vorhin war es ja Matt und Damen gewinnen. Jetzt ist es nur Damen gewinnen. Ja. So, F7 ist halt Dame, F8 Dame und Dame F1 gewinnt die Dame. Das ist das Problem. Wir müssen die Varianten auch immer zeigen. So, deswegen muss Weiß jetzt wahrscheinlich sowas. Ich würde sagen, spontan König E5 jetzt. Konstantin Pyra hat es auch, wie du sprichst. Ja, König E5, um den Läufer anzugreifen. Moment. König E5. So. Die Frage ist, warum kann ich jetzt nicht einfach mit H1... Ja, jetzt hast du halt mehrere Möglichkeiten. Jetzt kannst du... Hier war übrigens in der Studienwelt da noch, ich wusste das ja alles gar nicht, so eine leichte Kontroverse dann ausgebrochen. Die Studienwelt ist immer so ein bisschen eigen. Das ist typische Studienphänomene. Was soll jetzt die Hauptvariante sein? H für einen Praktiker ist das unwichtig. H1 Dame oder Läufer B3? Aber wir können ruhig beides mal gucken. Lass mal H1 Dame erstmal beginnen. Es kann ja weiß kommen. König E6, Dame H6. F7. Da haben wir G6. Und jetzt haben wir ja nämlich so eine F-Bahn-Stellung, wie du sie schon beschrieben hattest. Und jetzt, wo ist die Gewinnzone für den schwarzen König? Ist ja der weiße König ist auf der unsicheren Seite des Läuferbauern. Ist der schwarze König in der Gewinnzone? Ist ja nicht, sonst wäre die Studie inkorrekt. Und wo ist die Gewinnzone? Na ja, die ist H4, G4, F4, E4, E5, D5. Und wie weit geht sie dann rüber? Bis B5. C5, B5 und B8. Das ist die Gewinnzone des schwarzen Königs. Der König muss hier drin sein. Genau, oder eigentlich auf H4 oder E4 oder B5 oder wo, dann würde es schwarz gewinnen. Und wenn es außerhalb ist, dann ist es für mich. Moment, wenn er auf den grünen Feldern stehen würde, wäre es auch Gewinnzone? Ja. Okay, das ist die Gewinnzone hier. Ja, wenn man da drin ist, also das und innerhalb, also es gewonnen, genau. Dann ist es gewonnen. Dieser König, wenn er da drin stehen würde, Leute, dann wäre es gewonnen für den schwarz. Der ist zu weit weg. Sonst wäre auch die Studie inkorrekt. Ach so, das ist jetzt Remi, genau. Der soll ja auch Remi halten, der weißen, logisch. Genau. So, H1 Dame, dann müssen wir jetzt mit dem Läufer noch probieren, irgendwas zu machen. Läufer B3. Okay. F7. F7, ne? H1 Dame und F8. Dame A1 Schach und dann ist es wieder nur einer und dann ist es hier. Ah, der König darf nicht hierhin, Leute, wegen dem hier und Damenverlust. Und dahin und dahin darf er auch nicht, wegen Dame F1 und die Dame ist weg. Also muss der König nach E4. Genau, jetzt geht es nicht studienartig weiter. Ganz wichtig, Leute, wie nennt man dieses Verfahren im Schach, ganz wichtiges Verfahren? Eliminationsverfahren. Also Eliminationsverfahren. Oder Ausschlussverfahren. Oder Ausschlussverfahren. Ausschlussverfahren. Ich sage immer Ausschlussverfahren, weil das, das, das verliert, da kann er nicht hin, muss der König, da kann er auch nicht hin, muss der König hier hin, auf das Feld. Na, er verliert halt immer mit diesem Schach die Dame, genau. Schönes Bildchen, ne? Und dann noch zum Abschluss natürlich die Frage, was glaubst du, was meinst du subjektiv? Ist Läufer B3 eher die Studienhauptvariante oder die andere Variante? Nö, nochmal, was? Was gefällt dir besser? Was gefällt dir hier besser? H1 Dame oder Läufer B3? Was ist die, sollte die Studienhauptvariante? Der Autor muss ja, also ein Studienautor muss ja mal eine Hauptvariante auszeichnen. Ja, das ist, Läufer B3 ist ein bisschen ästhetischer, weil das Ende ist ästhetischer. Das ist meine Variante gewesen. Das war, wie gesagt, dann, da gab es auch andere Meinungen zu, weil Läufer B3 war meine Hauptvariante und Harald von der eigenen Chefredaktur war auch da der Meinung. Aber das ist alles so, hat ja nicht was Subjektives. Und als Autor oder Studie kann man das jetzt halt fest, dass die Studienwelt hat so eine eigene Kondition. Es gehört in Praktika, es ist unerheblich, da muss man halt ausrechnen, dass alles noch nie ist. Oder man muss alles andere eliminieren, dann ist es ja auch unerheblich, wie das ist. Wenn alles andere verliert, ist es ja auch unerheblich, wie die Stellungen sind. Das ist ein Vorteil von Eliminationsfahrten. Da gab es richtig Beef in der Studienwelt, genau. Da haben sich drei Leute gestritten. Warum Läufer G8 nicht? Ja, weil Läufer schlägt einfach so. Das ist nicht so sinnvoll. Der Läufer sollte schon, und der Läufer geht natürlich nach B3, damit die Dame noch hier nach A3 kann. Aber C4? Wird C4 noch eine Idee? Das könnte man auch noch gucken. C4 würde eigentlich auch gehen, oder? Ja. Das geht auch. Das hätte ich auch gemacht. Ja. Machen wir das zweite Beispiel, Freunde. Das war schon harter Tobak. Jetzt machen wir das zweite. Studie von Klaus-Dieter Meier. Klaus-Dieter Meier, muss man dazu sagen, ist verstorben leider inzwischen. Letztes Jahr, 2020 war das, glaube ich. Im März 2020. Und ihr beide habt ja zusammen ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben. Das möchte ich mal in die Kamera halten. Das war ja, ah ja, das war leider letzter schattlicher Wille, dieses Buch noch zu machen. Er wusste ja irgendwann, den musste ich natürlich erfüllen. Erfüllen. Und das Beispiel, vermute ich mal, ist aus dem Buch auch, oder? Garni Meier, danke. Ja, das kommt auf dem Buch vor. Und das ergab sich ja aus dieser langen Analyse Kudemann NM, die wir damals im Hamburger Kader-Training ja über ein Jahr gemacht haben. Ob das nun so effektiv als Training ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber am Wegesrand gab es da unglaublich viele faszinierende Sachen. Und dann hat CD diese Pointe dort gefunden. Ja, und er hat ja, wie üblich, die Datenbank fertiggestellt mit seinen extrem umfangreichen Analysen. Aber ich hatte mit ihm schon abgesprochen. Für das Buch habe ich natürlich versucht, das alles sehr stark zu kürzen und nur die absoluten Perlen rauszupicken. Und damit im Buch ist das halt nicht so. Im Buch sind diese langen Analysen immer nicht so gut. Dann drei Seiten nur mit Varianten mit A, B und C und so weiter. Das wäre natürlich auch möglich gewesen. Aber ich habe versucht, im Buch diese Sache so kurz wie irgendwie möglich zu. Robert Typner, 55 feiste Fehler. Ja, und auch 25 annotated games. Da ist es vielleicht, ja, das ist auch nicht schlecht. Aber ich habe es auch mal gemacht oder auch versucht, mit dem Jugendlichen Training zu machen. Aber es ist einfach zu Analyse heftig. Man kommt da nicht, ja, man kommt da nicht richtig durch irgendwie. Man braucht irgendwie neuen, kommt 55 feiste Fehler ist dagegen noch. Also naja, gut, ist natürlich auch ebenso. Aber finde ich sogar noch etwas zugänglicher als die 25 annotated games. Aber das ist gut. Dann hast du halt immer einen Fehler, an dem du das so ein bisschen festmachen kannst. Das macht man noch ein bisschen einfacher. Die 25 annotated games, da ist ja jede Partie so ein unendlicher Ozean, wo man gar nicht genau weiß, wo man, wonach man sucht oder man, naja, oder man, gut, man sucht nach der schadlichen Wahrheit. Aber das ist einfach zu abstrakt, finde ich. Naja, gut, ich habe das jedenfalls mit dem CD auch so abgesprochen und hoffe, dass das auch einigermaßen gelungen ist. Und Louis hat auch noch ein paar Sachen beigesteuert. Aber dann hatte ich mich mit Louis festgelegt. Wir machen das andere Buch und ich glaube, das war auch eine gute Idee. Main, Main Ballon, danke dir für die 10 Euro trinkeln. Dankeschön. Herz aller Liebst. So, bei diesem Beispiel hier kam schon die Frage, gewinnt hier weiß oder ist es Remi? Nein, hier gewinnt. Hier gewinnt weiß. Hier gewinnt weiß. Hier, Remi, Remi könnte ja weiß auch immer einfach ab mit dem Turm abwarten oder so. Schachtherapeut, Gourmet-Hübner, 55 saftige Schnitzel. Ja, ja. Okay, der Schachtherapeut. Gut, gucken wir mal diese Stellung an hier. Studie, weiß gewinnt. Ich denke mal, wir beginnen hier mit Turm G6 erstmal. Ja, können wir gerne machen. Turm G6 attackiert hier den Bauern B6. Muss Läufer C5 kommen, ist ja auch da so. Ja, schwarz muss Läufer C5 machen. Das ist auch typisch für Studien übrigens, dass es immer so einzige Züge sind. Und weiß spielt nach oben, nicht vergessen. Weiß spielt nach oben, schwarz nach unten. Und warum gewinnt hier weiß diese Stellung? Das sieht für mich total Remi aus auf den ersten Blick. Okay, also erstmal deswegen, genau aus dem Motto, hatte ich bei meiner Studie ja die ersten vier Züge abgeschnitten. Und wir hatten mit dieser Stellung, mit der Poirnte begonnen und so. Weil die finde ich irgendwie einfach zugänglicher, lösbarer. Und dann kann man auch gut mit Eliminationen lösen und so. Das ist also auch gutes Training, gutes Rechentraining. Die Züge davor waren so ein bisschen studienartig, kryptisch irgendwie. Deswegen haben wir auf die eben verzichtet. Ich muss mich eben bedanken bei Johnny Strong. Weißt du, was er gerade da gemacht hat? Nein. Er giftet ein Tier-One-Sub an zehn Leute. Zwei, vier, sechs, acht, nee, zehn. Und was ist ein Tier-One-Sub? Das ist eine Subscription, ein Abo für meinen Kanal hier, Twitch-Kanal. Und er schenkt zehn Leuten ein Abonnement. Ein Abonnement ist vier oder fünf Euro wert. Ich glaube, Twitch hat das auf vier Euro den Preis gesenkt, statt fünf Euro. Vielen, vielen Dank, mein lieber Mod. Und Johnny ist übrigens auch mein Mod. Mod heißt Moderator, einer meiner Moderatoren. Die im Hintergrund auch Fäden ziehen. Damit das hier alles so läuft, wie wir uns das wünschen. Kosta-Quanta inzwischen 3,99 Euro, genau. Herz oder Liebst? Ja, wenn man mit Turm B8 beginnen würde, dann wäre der schwarze König ja frei. Also man, man hängt schon da von, da muss jetzt auch Läufer C5 kommen, aber man, ja, jetzt wäre es aber nicht mehr zu gewinnen. Also man, man würde dann die Pointe sozusagen verspielen, dann wäre es tatsächlich nur Remi. Es geht auch um den König hier. Ja, das ist, und dann gibt es halt die schärfste Endspielwaffe. Irgendwie ist faszinierend, oh gut, du sagst es für dich, sieht es sowieso nach mir aus. Also direkt geht es halt nicht mit Turm C6, Turm schlägt C5 oder Turm G2, A2 schlägt A3. Ja, das geht halt alles gerade nicht, obwohl der schwarze König ja schon maximal abgesperrt ist. Mh, witzig. Er ist schon auf der Halle, er ist abgesperrt. Alter, jetzt kommt der nächste Mod hier nicht nach, Nenotti. 10 Gifted Subs in die Community. Der nächste. Dicker Kuss nach Österreich. Nenotti ist aus Österreich. Auch ein ganz lieber Mod. Gehört zum Team. Ja. Du hast ein gutes Team versammelt, scheint. Sie folgen mir alle willenlos bis zum Ende. Nein, natürlich nicht. König A2, ja, sehr gut. Zugzwang. Man könnte hier nicht durch direktes Machen, kann man es nicht machen. Und wenn man hier den Moment nicht nutzt, dann wird es sogar auch im I. Ja, aber König A2 ist tatsächlich... König A2 ist der Gewinnzug? Von Schachpropp not 64. Krass. Warum? Ja, das bringt Schwarzen Zugzwang. Weil jetzt Turm G3 schlägt, das muss den Weg für Turm G3 schlägt A3 freimachen. Deswegen muss der Schwarze König jetzt G5 und G3 bewachen und kann nicht ziehen. Und der Schwarze Läufer muss A3 und B6 bewachen und kann auch nicht ziehen. Game-Over-Zugzwang. Moment, aber König H3 spiele ich jetzt hier. König zum G5. Ja, zum G5. Ah, König A3 kommt der hier. Das ging ja vorher nicht. Ah, jetzt verstehe ich es. Okay, wenn der Läufer wegzieht, schlage ich auf A3 und laufe hier ran. Hoh mir den ab. Gewinn ist sehr einfach. Und wenn der Läufer nicht zieht, dann wird er geschlagen. Dann wird er rausgeraut. Machen wir König A4 zurück und das zeigen, warum das Gewinn für Weiß. Das ist für nicht für alle sofort ersichtlich. Das ist hier ein einfach gewonnenes Bauernentspiel. Freunde, Opposition und dann läuft der Bauer durch. Deswegen gewinnt das für Weiß. Man muss das Haarklein alles zeigen, mein lieber Carsten. Alles gut. Und hier gewinnt jetzt Turm G3 und schlägt hier. Und dafür musste der König aus dem Weg, ne? Dafür musste König A2. Das ist Ästhetik, die ich erwarte bei einer Studie. So ein stiller Zug, König A2. Nicht intuitiv, aber gewinnt. Bei meiner war es ja mit König G4 auch ein nicht intuitiver, naja, steht, wissen wir nicht so genau, aber Königsrückzug. Das ist ganz witzig. Aber es ist ja immer noch nicht leicht. Du musst den König abdrängen. Immer noch hier sowas und jetzt sowas den König abdrängen. Damit er nicht näher kommt. Ja, wobei das wir... Danke, Lady in Black. Schön, dass du dabei bist. Möglicherweise, allerdings brauchen wir keine unbedingt mehr E-Linien abdrängen. Es könnte auch sein, dass auch eine D-Linien abdrängen auch ausweichen. Hannibali, ja klar, warum... Natürlich, schön, dass ihr dabei seid. Das ist ein Livestream. Würdet ihr das Buch unterschreiben? Wir werden die Bücher signieren, ja. Dazu kommen wir am Ende der Sendung. So, wie geht es hier weiter? Wir gehen die Studie... Achso, hier hört es auf. Ja, jetzt kommt der König nach B5 und dann... Also, ja, eigentlich ist es... Wenn man es nach König A2 verstanden hat, ist es mit König A2 ja nicht ganz einfach. Ja, Schwarz kann ja nichts machen, ne? Und irgendwann kommt da ran und jetzt der schnellste Weg, ne? Achso, oder ja. Ne, 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 so. So, besser, ne? Um den König abgesperrt zu halten. Turm B8. Und man schlägt ja schon auf dem Schlüsselfeld. Nein, 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 dann zieht man sich schon genauer. Dann würdest du nicht verspielen, aber... Eben. Ruhig bleiben. Brauner. Gewinnt das eigentlich sofort, wenn ich C6 mache? Zack, zack, zack. Gewinnt nicht. Nein, nein, nein. Muss den machen. Er muss Opposition machen. Er muss Opposition... Grundregel, Leute. Wenn ihr mit dem eigenen König die sechste Reihe erreicht und der Bauer steht dahinter, der Freibauer, dann habt ihr automatisch gewonnen. Das könnt ihr euch merken. Natürlich jetzt nicht wieder Opposition, sondern dahin. Um das Grund, das Umwandlungsfeld zu kontrollieren und dann mit den Bauern durchlassen. Wir müssen das alles immer wieder erklären hier, Carsten. So, nächste Studie. Schluss einer Studie von Oleg Perwakov. Du bist ganz fasziniert vom Chat, ne? Der guckt die ganze Zeit auf den Chat. Was sagt man eigentlich eher? Dr. G. Müller oder G. M. Dr. Müller? G. M. Dr. Müller. Ich habe dich noch nie so genannt. Ich sage mal Carsten. Darf ich dich weiter Carsten nennen? Ja. Okay. Das machen die meisten. Die meisten. G. M. Dr. Müller? G. M. Dr. Müller? Ja, ja. G. M. Dr. Müller wäre so. Warum nicht Dr. G. M. Müller? Boah, dieser Doktor ist wohl ein Namensbestandteil. Ah, ja, ja, ja. Das kommt zuerst. Und die Titel kommen dann erst danach. Sehr kommentiert. G. M. Dr. Müller. Ein G. M. Dr. ist bei mir zu Gast. Gerade war auch ein Doktor zu Gast. Dr. Julian Horst. Aber mit K. Ja, also ein kleiner Fehler hier von H. K. Bass mit K. Ja, Carsten. Ja, haben die meisten Schreiber mit K. Ja, das stimmt. Ja, ist auch nicht so schlimm wiederum. Also bei Carsten mit C. könnte man Carsten Hansen noch irgendwie ins Spiel bringen. Der ist hier nicht so bekannt. So, wir machen erst mal die nächste Studie von, hier von, das Ende einer Studie von Olek Pervakoff. Weiß ist am Zug. Generell bei Studien ist es so, Weiß zieht und gewinnt. Wir hatten gerade Weiß zieht und Remi. Das ist eher die Ausnahme, oder? Ja, gibt es aber auch. Ja, klar. Das war ja hier das Ende von CDs. Das muss ich natürlich unbedingt im Buch auch noch spiegeln und natürlich auch ins Buch noch bringen. Das hatte CD hier noch mit ausgewählt für seine Zusammenstellung. Und ich muss ja das Buch ja irgendwie beenden mit irgendeinem Beispiel mit Knalleffekt, was von CD Meier noch irgendwie so mitkommt. Okay, Weiß gewinnt hier. Schauen wir uns das mal an. Leute, schaut euch mal die Stellung an. Weiß hat Dame, zwei Springer, König. Der König auf F1 steht sehr schlecht. Das heißt, wahrscheinlich können wir hier matt setzen irgendwie, vermute ich mal. Der Turm auf D1 aber, gedeckt von dem Bauern auf C2, greift die Dame an. Und man stellt sich natürlich hier die Frage, wie kann das Weiß gewinnen hier? Vielleicht ist es wieder ein stiller Zug. Ein stiller Zug. Ich weiß es nicht. Ja, nicht schlecht. Also alles, was du gesagt hast, ist richtig. Und es ist in gewissem Sinne auch ein stiller Zug. Allerdings so richtig still ist es natürlich nicht, weil die matt-Drohungen ja doch recht schnell kommen müssen, bevor die schwarze Dame irgendwie eingreifen kann. Also deswegen kannst du richtig stille Züge kannst du hier nicht machen. Du musst schon matt-Drohungen aufstellen. Ich muss hier... Ich wollte schon sagen, legit die Queen trappen, aber ich muss hier nicht die Queen trappen. Ich muss hier gewinnen. Ich muss ja ne matt... Leute, wie gewinnt man denn hier? Der größte Moment in meiner Schachkarriere. Oh, das ist ja schon wieder ne... Das sind schwierige Fragen. Leute, machen die erstmal hier ein bisschen ein paar Studien. Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, ich kann es schon beantworten. Allerdings muss ich noch vorwetschieben, dass natürlich der Größte, das ist so ein bisschen so eine Sache natürlich, ob man das so nennt würde, aber vielleicht ein gewissermaßen entscheidender Moment in meiner Schachkarriere war an meinem Geburtstag bei der Deutschen Meisterschaft in Gladenbach gegen Klaus Bischof. Ich bin völlig verloren. Wir hatten noch drei Sekunden Zeit und läuft dann in das Remis rein. Dann gewinne ich die letzten beiden Partien, mache die Großmeisternorm, die erste Großmeisternorm und damit platzt so ein bisschen der Knoten und dann kommen ja auch die beiden anderen Normen relativ bald hinterher. Das war so ein bisschen... Ah ja, diese drei Sekunden, in der Klaus Bischof die Gewinnstellung, indem ich ihm sozusagen beschummelt, wie nennt man das? Das kann man sagen, ne? In dem ich ihn beschummelt habe. Allerdings ist natürlich die Frage, es gibt natürlich noch andere Momente und ob man das... Aber für meine Schachkarriere war das ein extrem, extrem wichtiger Moment. Das war halt die erste GM-Norm, die vorher nie geklappte, was vorher nie geklappt hatte. Danach habe ich ja noch gewonnen gegen Gleth Guttmann und Thomas Luther und dann, wenn ich nämlich die verloren hätte gegen Klaus, dann wäre das mit der GM-Norm vorbei gewesen. Dann hätte ich, dann wäre was auch immer, dann hätte es nicht mehr reichen können, ne? Und so konnte ich durch das Remis mit den beiden Siegen es noch schaffen und im gewissen Sinne war das der größte Moment meiner... Da bin ich ja auch dritter bei der Deutschen dadurch geworden und so. Das war schon, ja, in gewissen Sinne war das vielleicht der größte Moment meiner aktiven Schachkarriere, ja. Okay. So könnte man, kann man so sehen. Wann war das? In Gladenbach, 1907. Mit Pappel zum GM. Ne, 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 nicht mehr Dauer. Dauerschaft. Gegen Klaus Bischof in der siebten Runde bei den Deutschen in Gladenbach, nur war es 96 oder 97. Also, das muss man in den Daten nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall war es meine erste GM-Norm und das war natürlich sehr wichtig. Es war aber kein Papp, sondern so eine Art Dauer... Ja, ich war völlig verloren. Herrn Turm weniger oder so und es war also schon völlig vorbei. Aber Klaus hatte nur noch ein paar... Es war ohne Zuschlag und er hatte nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Also, das war natürlich wieder nur für 13. Früher hat man ohne Bedenkzeit gut schriftgespielt, Leute. Und das war, deswegen war es ein bisschen so eine Sache, als war man natürlich auch sehr, sehr glücklich. Ja, Bischof gegen, Klaus Bischof gegen Carsten Müller, Revie mit viel, viel Glück. Aber es war nicht die beste Partie meiner Karriere, die vielleicht die glücklichste. In dem Sinne war es nicht der größte Moment. So, sollen wir hier mal weiter machen mit der Studie. Dame G5 wurde vorgeschlagen oder Dame F4. Dame F4 gefällt mir nicht wegen C1 Dame. Und dann ist der Springer gefestet hier. Ah ja, dann greift die schwarze Dame ein. Die schwarze Dame darf nie kommen. Das ist ein bisschen eine Sache von der Parakoff-Studie, dass die Dame A2 zwar auf dem Brett ist, aber nichts kann sozusagen. In den Studien geht das immer, wenn man selber spielt. Dann klappt das natürlich nie. Magus, danke dir für den Zap. Dame G5 aber ist eine andere Sache, denn das droht hier Matt. Dame G2, Springer geht dran. Ist aber nicht... Ach so. Dame G5 droht Matt hier. Deswegen C1 Dame geht nicht wegen Dame G2, dann hier Matt. Nee, das ist... Nee, nee, Springer kann geschlagen werden. Ach stimmt. Aber Springer F... Ach nee, das ist auch nicht Springer F3. Nee, ist das Springer F? Das ist auch kein Matt. Das ist alles kein Matt. Stimmt, Dame G5 geht auch nicht. Das ist ja ganz witzig. Das ist irgendwie witzig. Das sieht aus wie Matt, aber es gibt immer Löcher im Matt-Netz. Das hat Pervakoff sicherlich mit... Hier gibt es natürlich mehr diese Varianten als in den Studien von mir. Da kann man es auch sehen, dass er eben einer der größten Kommunisten der Welt aller Zeiten ist. Es gibt eben noch diese ganzen Varianten wie eben, die aussehen wie Matt und doch Löcher haben. In den Studien von mir und C.D. Meier war das natürlich deutlich eingeschränkter. Dafür sahen sie beide mehr aus wie praktische Partien als das hier. Das sieht schon aus wie eine Studie in Studie. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ich habe die Studie schon mal gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern. Das ist auch wieder traurig. Ich dachte an König A1, aber das ist Quatsch wegen König Schlicht F2 einfach. Also jetzt kommen die Zuschauer ja auch, die Springer müssen kommen. Die Frage ist nur, die Zuschauer sind jetzt schon dicht dran, aber die Springer müssen hier kommen. Die Springer müssen ziehen. Die Springer müssen ziehen, aber die Dame hängt doch C1. Ja, genau. Deswegen müssen die, aber die Springer, wir haben jetzt Springer E2 und Springer D3. Springer D1 geht nicht, denn da wird mit Schach geschlagen. Warte mal, warte mal. Zack, 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 zack. Ich sehe es nicht, Freunde. Anspruchsvolle Studie auf jeden Fall. Ja, ich muss ja das Buch irgendwie beenden und CD hat ja schon was und sehr schwer und wunderschön. Wir haben die Lösung jetzt auch dabei. Es muss Springer D3 oder Springer E2 sein. Springer D3. Das droht, das droht matt durch Dame 4. Genau. Und diese mattdrohung, was schon mal gut ist, die mattdrohung, die schwarze Dame kann die mattdrohung, kann ja nichts machen. Die schwarze Dame kann machen, was sie will, sie kann keinen Schacht geben, sie kann die mattdrohung nichts machen, die Dame kann nicht ziehen. Turm schlicht C1. Ist der einziger Zug. Und jetzt kommt halt der andere Springer E2. Deswegen meine Frage, wie beginnen wir? Ach so. Wir haben Springer D3 oder Springer 2 mehr bei den, das kommen wir jetzt haben wir sie richtig rum, weil wir die mattdrohung brauchen. Ah, jetzt droht Springer G3 matt. Und da geht es nichts zu machen, da muss Königstück D2 kommen. Jetzt kommt Springer schlicht C1 und gewinnt die Mama. Ja. Und gewinnt. Ach so, es ist gar kein matt, ich habe mich so auf matt fixiert. Ich gewinne einfach hier. Das ist ja kein mattproblem, das ist ja eine Studie. Ja, ja, aber du hast am Anfang ja gesagt, du Sack. Ach so. Ja, du hast mich auf die falsche Fährte geführt. Ich sage, ist das doch bestimmt matt. Und so, ja, ja. Herr, matt spielt ja auch eine... Der GM-Doktor verarscht mich. Warum habe ich ihn eingeladen? Das würde ich doch nicht machen. Also matt spielt ja auch eine gewisse Rolle. Es ist ja nur die Hauptbeamte. Der Studienkenner würde niemals Mama zur Mutti sagen. So, und hier gewinnt weiß man natürlich noch den Freibauern. Und weil er schwarz könnt nicht rankommen. Das ist auch irgendwie ganz witzig mit Springer, Mauer und so. Das ist auch nicht so klar, aber hier ist das so eine schöne Konstruktion, wo man gar nicht rankommen kann. Springer, die drei Freunde. Der Turm ist gefesselt. Turm C1, Springer E2, droht matt. Na, weil der Springer kontrolliert diese Felder. Ja, schwarz kann nichts machen. Er muss nehmen. Und die Mama ist weg. Ja. Schönes Ding. Was haben wir noch hier von dir? Soll ich deine Partie zeigen? Carsten Müller gegen Saga Bellny? Nee, machen wir lieber Saga Bellny. Okay, machen wir. Das ist mein absolutes Lieblingsbeispiel über... Aber das ist keine Studie? Nein, aber sehr dicht dran. Die Bayern sind extrem studierendart. Und das hat mich ja mein ganzes Leben begleitet. Quasi erst war ich ja Sekundant von Schiroff bei dem Turnier in München 93. Und diese Hängepartieranalyse war mein größter Beitrag zu seinem Turniersieg. Es hat natürlich, es hat in seinem Turniersieg nur am Rande zu tun, aber er wurde dadurch wieder motivierter. Er dachte nämlich, er eigentlich war er nämlich schon zwischendurch mit Remis fast zufrieden. Weiß hat ja drei Bauern weniger. Aber sehr aktiven König hier, ne? Der greift G7, man. Zwischendurch wurde gefragt, aber du musst jetzt nicht wieder... Ja, also genau, wenn weiß im Zug wäre oder du kannst mit schwarz und jetzt mal A5 machen, dann können wir das mal durch. Dann können wir jetzt die Drogen... Wie A5. Oder kannst du aussetzen? Schwarz setzt aus. Nee, nee. König G8 geht. Achso, er hat man schon angenommen, schwarz setzt aus, mal A5 oder A5 oder A5, dann können wir die Drogen mal zeigen. Kumpel G7, jetzt ist der Mann, König G6, Doppelschachmatt, F... Moment, droht hier, da, Matt. Genau. Das kann man mit Turm A3 versuchen zu verhindern, aber dann kommt Turm A7 Schachmatt. Irgendwas, irgendwas. Irgendwas, also das ist nicht so, Turm A3 ist nicht so gut, besser ist F4 Schach, König F7, das Rot wieder Doppelschachmatt. Läufer D5 Schach. König G8, das droht Matt, durch Turm nach links, also Turm D3. Ja, droht Matt, also Turm D3 mit dem angehofften Läufer. Und jetzt ist Matt in 2, beginnen mit. Jetzt ist wirklich Matt, jetzt will ich nicht auf die Falsche, Weiß zieht und setzt zwei Zügen Matt. Das sollte ich auch hinbekommen. Ja, und hier habe ich ihn nicht auf die falsche Vorhine. So zum Beispiel. Nein, jetzt kann ich ja König H7 machen. Ah! Ja, das, das, oder, naja, alles. Aber es ist Matt in 2. Bin ich blöd? Indem ich den Läufer mal wegziehe? Okay, ein stiller Zug, erstmal Läufer F6. Und Matt im nächsten Turm. Und dann halt. Turm A7 Matt. Okay, den Turm auf der siebten Halbzeit wegziehen. Bin ich konzentriert. Gut. Okay, das war also die Drohung. Dagegen hat Schwarz drei Kandidatenzüge. Schwarz könnte König G8, das war unser Haupterwahn. Oder Turm D3 oder Turm H3 machen. Du kannst ja Turm H3 nochmal zeigen. Das war dann nicht noch. Und das war eine Hängepartie? Ja, das war, damals gab es ja noch Hängepartie. Und Fritz hatte auf Alexeys Notbuch noch wichtige Sachen gefunden. Aber dann, er hatte, wir hatten uns noch nicht, und das war ja erst die Brille runter oder so, er hatte bis dahin noch Batterie gehabt, aber wir hatten uns noch nicht um den Adapter geküppert, um das vom deutschen Strom letztes Jahr aufzuladen. So, das, also der, dem Notbuch und Fritz ist irgendwann der Saft ausgegangen. Und wir hatten uns am nächsten Morgen noch gefragt, ja, wir hatten es am Abend noch analysiert, da waren wir mit Michael Adams und seiner Freundin essen gegangen. Das war auch nicht ganz, also kann man so oder so, sie war aber lecker, also kann ich dazu noch sagen. Und am nächsten Morgen hatten wir uns noch gefragt, was ist mit anderen Kandidaten? Und so waren wir auf Turm H3 gekommen und da hatte ich noch was gefunden. Das können wir nochmal kurz weitermachen. Turmstrick G7, du darfst gleich, der König H8, König G7, der Pierscher. König G5 und warum verliert jetzt Turm E3? Das ist die Aufnahme für dich. Das hatte ich kurz vor Wiederaufnahme der Engepartie noch, wir haben jetzt ein bisschen rumprobiert gehabt, ne, wir von dir. Und dann hatte ich das noch gefunden, das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Das hatte auch Alexey gefallen. Das hatte für die Partie dann keiner mehr sonst, aber ich glaube, er war noch ein bisschen motivierter. Jetzt ist es auch nicht wirklich schwierig, ne? Oder für E5? Ja, dann wird es, genau, solche Züge hatten wir auch analysiert und dann, das gewinnt nicht, aber das ist halt, das kann man nur schwer, es gibt eine forcierte Gewinnvariante. Eine forcierte? Ja. Das gibt nämlich, also mehr oder weniger forcierte Gewinnvariante, ja. Ist auch jetzt durch Computer bestätigt, also habe ich, habe ich Glück gehabt. Ja, deswegen wurden ja auch Hängepartien abgeschafft. Heutzutage könnte man ja, wenn wir bei solchen Stellen schon TBBs generieren oder so, ne? Und das ist gut, dass Hängepartien abgeschirrt werden, weil Schach ist ja kein auswendig Lernen von TBBs Varianten. Oder der eine kann das erzeugen, der andere nicht, weil der Computer Power nicht hat. Das ist ja unfair. Ja, deswegen ist es gut, dass es abgeschafft wurde, finde ich. Wenn du sagst, es forciert, dann Turm E7. Richtig. Mach, du kannst es mal so gerne. Um den Turm Läufer zu gewinnen, er schlägt jetzt den Läufer. Richtig. Hier schlägt du den Turm. Gut, wenn jetzt irgendwas fällt, dann gewinnt man technisch simpel, also G3 ist der einziger Zug. Um die Bauern laufen zu lassen. Und jetzt gibt es bestimmt irgendwie so ein MAD-Ding in mir. Genau, G2. G2 auf Turm E1 ist Quatsch wegen F3. Quatsch vielleicht nicht. Quatsch vielleicht nicht. Was wir jetzt sonst machen, also ich muss Turm E1 machen. Okay, F3, alles sehr frustriert. Und jetzt, Moment, 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 König G6 ist MAD. König G6, F2, MAD. Ja, bei mir ist das auch immer so F2 und MAD. Da musst du sogar Alex, als ich das aus Wack gestellt hatte, musst du sogar Alex, Moment, Lächeln. Ja, das ist selten, dass man ihn da hinkriegt, ne? Weil, das ist ja schon... Ja, ja, ich kenne ihn auch. Aber das habe ich geschafft. Ich meine, ich glaube, dass er so für die Partie was irrelevant, aber es war gut, dass Fritz keinen Strom mehr hatte, weil der hätte das natürlich auch getrunken, so viel, viel, viel schneller. Und, ja, im gewissen Sinne, es war irrelevant, aber ich glaube, es hat Alexei nochmal ein bisschen motiviert, weil er ihm noch gezeigt hat, was diese Stellung hergeben kann, wenn man... Also, Turm D3 war ein Fehler, der zum Verlust führt. Aber die Varianten sind wohl Remis, aber am Brett wird man es nicht haben wollen mit Schwarz, oder? Ja, superschwierig zu verteidigen, ne? Gut, wir hatten auch König G8 den Abgabezug erwartend. Bitteschön, Hannibalik, König G8, so. Ich dachte allerdings 15 Jahre... Also, während der Hängepartieranalyse dachten wir auch, der würde nie halten. Ich dachte dann 15 Jahre lang, der würde verlieren. Und dann rief CD Meier an und seitdem glaube ich jetzt, dass der auch umbietet. Aha, kann man das nicht ausrechnen inzwischen? Naja, ähm, nein. Die Siebensteine Tablebase bringen es jetzt dicht ran mit dem, aber die Leichen noch nicht ganz aus. Und zum Tablebase generieren, vielleicht könnte man heute... Also, du wirst sehen, wo das Problem ist. Okay, König Gesetze. Wo sind die Technik mit der Tablebase-Generierung noch an Grenzen? Sobald das Problem ist, sobald du zu viele mobile Bauern hast, die sich an den Springer verwandeln können, kannst du natürlich keine hundertprozentige Tablebase mehr generieren, weil du zu viele unter Tablebase brauchst. Und da brauchst du zu viel Platz einfach. Okay, ich dachte, dass die Engine das einfach jetzt hier ausrechnen kann. Äh, 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 ähm, naja, nein. Also jedenfalls nicht, nicht im hundertprozentig sicheren Sinne. Wir kommen da gleich weiter. Schwarz hat nur einen Zug, hat Lothier natürlich auch gemacht. König G6, so. Läufer C6, deckt das Feld, damit hier kein Magd wird. Einziger Zug. Läufer C5. Ja, das hatten wir vorbereitet. Zum Glück hat Lothier nicht gehabt. Und jetzt nichts machen. Was ist jetzt der einzige Remitzug für Schwarz? Es gibt hier einen Remitzug. Es droht Turm schlicht G7, König dahin. Ähm, Läufer D4. Läufer D4 und dann Abzug und Gewinn, sagt Carsten. Ja, also das heißt, wir müssen Turm D3 spielen, um den Läufer zu schlagen. Das hat Lothier gespielt und das verliert. Das soll okay. Dann kannst du zwar den Läufer schlagen, aber dann, ähm, das hatten wir uns auch nicht. Also wir hatten das in der Hängepartie-Analyse nicht gehabt. Das könnte man jetzt natürlich wieder kritisieren. Auf der anderen Seite ist es immer so, zu dem Zeitpunkt hatten wir die Engine ja noch laufen und Alexei wusste, dass es hier nur einen Zug gibt. Und er wusste, dass Lothier ihn nicht gemacht hat. Und er hatte noch anderthalb Stunden mehr auf der Uhr. Und darauf konnte man aufsetzen. Man kann ja in der Hängepartie-Analyse auch nicht alles haben. Und dann konnte man darauf setzen, dass er es am Brett empfindet und so kann es ja auch. Ja. Also man kann ja auch, er ist ja auch super stark gewesen. Er war ja da, ob der Läufer D3 der Welt oder auf dem Weg dahin und so weiter. Da kann man irgendwann einfach sagen, dann spielst du das und dann ist gut. Zum Ablauf, Leute, behaltet eure Fragen erstmal, wir stellen die am Ende. Die Fragen, sonst kommen wir durcheinander hier mit den Studien. Wir machen erstmal die Studien und dann am Ende machen wir nochmal Fragen, okay? Ja, da würde ich, genau, da komme ich sonst mit dem Antworten wahrscheinlich nicht schnell genug. Ja, genau, sonst schaffen wir das nicht. Wir machen bis, wir machen es nochmal so bis 15.50 Uhr noch Studien, noch 13 Minuten. Ja, das ist keine Studie. Partie, ja, 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 Partie. Und dann machen wir noch Fragen, ja, für fünf Minuten, okay? Machen wir das so, sonst kommen wir durcheinander hier. Und hier hatte Fritz zu unserem Glück noch den einzigen Zug, also wir wussten... Lady, behalt die Frage für 15.50 Uhr bitte nochmal. Wir wussten aber natürlich nicht, dass der Revier ist oder so, nicht? Es gab ja halt nach damals Einzug, ich weiß nicht mehr, welche Bewertung ist. Also, sagen wir, Einzug mit plus 1 oder so und alle anderen halt mit plus 3. Also, dass es hier so ein großes Gap gibt. Und welches ist das? Was für ein Ding? Eine große Lücke zwischen dem besten Zug und dem anderen. Hast du Gap gesagt? Ja. Es kann natürlich sein, dass alles, es könnte ja sein, dass alles verliert, das dachte ich ja 15 Jahre lang, aber das ist ein anderes Thema. Erstmal, was ist hier der einzige Zug und der mit Abstand beste Zug? Das ist sehr schwer. Schwarz ist dran, okay, Turm D3 soll nicht gehen. König A8? Ja, sehr gut, König A8 ist der einzige Zug. König A8, damit Turm G7 nicht mit Tempo kommt. Genau, König A8 kannst du ja auch machen. Aber kann man gehen, okay, König A8. Dann hatten wir geplant, wieder Läufer D4 zu machen. Ja. Dann muss wieder König G8 kommen. Jetzt Turm G7, also das ist also... Und jetzt weglaufen. Genau, der Tritt mit Läufer C5, der verspielt nichts. Das war also ganz nett, dass wir den gefunden haben, dass Alex C, den ich hatte, der verdirbt nichts, denn man kann ja in die Hauptvariante zurück. Okay, und jetzt kommt, ja, den hatten wir in der Hängepartieanalyse nicht gehabt. Den habe ich kurz später gefunden und dann dachte ich, 15 Jahre lang, dass der gewinnt. Das droht auch matt. Ach nee, der König kann auch E8 zoll. Ja, jetzt hat der Läufer unglaublich viele Züge, aber nur zwei davon halten Remi. Immerhin. Aber Läufer E8 Schach sieht irgendwie so am intuitivsten aus. Aber das verliert nach König G8, der König ab 6, schön. Wobei das hatte ich im Training mit den indischen Talenten, der ist ja auch wirklich sehr... Das hat den Bukesh gehabt. Ich hatte ja jetzt auch mit Abimanyu trainiert und das war unglaublich. Mischra? Jetzt ist es unglaublich. Ja, ja. Wie, erzähl mal was zum Mischra? Unglaublich. Unglaublich. Ist der so stark? Ja, unglaublich. Der erkennt wirklich die Soweit es ist, Endspiel-Universität auswendig. Also ihr wisst gerade, von wem wir sprechen. Der jüngste Großmeister der Welt, zwölf Jahre alt. Ich habe zwei Videos gemacht von ihm, Abimanyu Mischra. Also du glaubst auch, dass der auch unglaublich... Ja, ich habe mit ihm die Sendung gemacht bei NB Magic bei Chessbase. Und danach habe ich noch ein paar Stunden mit ihm Training gemacht. Und er ist unglaublich gut. Er hatte, was in Wetzkis Endspielbuch drinsteht, hat er drauf. Er hatte auch schon unglaublich viele Turmendspiele, schwierige Turmendspiele Remi gehalten. Er hatte mir seine eigene Partie da ja erklärt. Und dann gesagt, ach, hier wusste ich ja, was die Konfiguration, dass diese, dass diese, dieser Siebensteiner Remi ist, das wusste ich. Gut, dann kann irgendwann kann ich da auch nicht mehr... Irgendwann kann ich auch nicht mehr viel sagen. In dem Alter, ne? Ist das krass, ne? Mit zwölf. Das ist unglaublich. Was ja schon an schwierigen Turmendspielen gegen Großmeister Remi gehalten hat, das ist sehr beeindruckend für zwölfjährige. Früher gab es ja diese Regeln gegen den jungen Spieler, gehst du ins Endspiel und dann gewinnt sich die Partie von selbst. Aber gegen ihn geht das einfach nicht, weil er selbst schwierige, am Seiten im Faden hängende Turmendspiele noch Remi hält. Oder auch gegen Tom Paul, der Schutzmann hat ein sehr schwieriges Turmendspiel, das er ein bisschen auch... Das kannte er auch nicht ganz genau, aber er hat es, die Stellung war Remi, und er hat es auch mit einer Eigenkreationsverteidigung locker Remi gehalten. Das ist schon... Das sind den Angriff und Eröffnung und so, die gewinnen Partien, aber Defensive und Endspieler gewinnen vielleicht am Ende im Schacht Weltmeisterschaften. Und wenn das so wäre, dann hätte er natürlich eine wichtige Zutat mit zwölf schon da drin. Cool. Das ist schon sehr beeindruckend. Das war auf jeden Fall sehr beeindruckend gewesen. Ich habe auch mit Lukas trainiert und auch mit Vincent Kaimer, und die sind auch alle natürlich... Also das ist auch unglaublich gut. Aber was bei ihm natürlich auffällt, er ist erst zwölf, und er hat schon diese ganzen Turmendspiel-Verteidigungsremisen. Das halte ich für ganz ungewöhnlich. Also Lukas und Vincent sind auch super gut und haben auch viele Stärken und vieles und so, aber ihre Stärken, ihre Partien und Sachen liegen natürlich so leicht etwas anderem reichen. Das ist natürlich gut, wenn sie aktiv sind, wenn sie wo trinkreich sein können, oder wenn Vincent die Stellung dominieren kann und austrocknen kann und dann nach seinen Regeln gespielt wird und so. Ja, krass. Das ist schon wie die Jugend heute. Das wird im Endspiel auch... Die werden im Endspiel auch irgendwie immer besser. Das ist auch so mein Eindruck, was sie alles können und wissen. Da ist es definitiv, zumindest mit der Zeit, wo ich jung war, und vielleicht auch mit der Zeit vor 15, 20 Jahren, hat sich das so signifikant verändert. Ich vermute auch, dass die Computer und diese ganzen Sachen, dass das schon eine Rolle spielt, dass man jetzt alles hier leichter trainieren kann, weil es interaktiver und intuitiver mit dem Computerprogramm trainiert werden kann, glaube ich. Das geht einfach schneller, wenn man das alles auf dem Bildschirm oder in Chesspace oder in den Unpli-Chess alles durchspielt und dann direkt gegen die Engine spielen kann und direkt alles machen kann. Wenn man das früher nur aus Büchern und aus Hängepartien lernte, das ist doch mühseliger und dauert auch länger. Das ist vielleicht in einem gewissen Sinne tiefer, aber auf der anderen Seite kriegen die ja zwischen auch so viele supergute Gegner, dass sie auch von daher dann auch ein bisschen mehr Tiefe bekommen, dass sie dauernd gegen diese großen Meister spielen und so. Das ist, also die sind, das scheint mir signifikant auch, das ist dann so eine generelle Beobachtung von mir, die jungen Spieler sind im Endspiel gesehen relativ besser als, also zumindest die viele oder vielleicht von diesen absoluten Top-Leuten, auch Prag, 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 wir nennen ihn einfach Prag. Mit dem habe ich allerdings noch nicht. Prag, neinander wahrscheinlich. Mit Prag habe ich noch nicht, den kenne ich nicht persönlich. Aber Nia Sarin ist, und der ist ja mittlerweile schon 16, hat auch jetzt einen Bart, aber so einen Bartansatz. Aber immer noch ziemlich klein, ne? Arbeite da noch dran, ist ziemlich klein. Aber das war auch, auch Nia Sarin ist von daher gesehen sehr beeindruckend. Also ich, das ist schon so ein Trend, den man klar feststellen kann, die jungen Leute haben wesentlich mehr an ihren Endspielen, besonders an Turmen-Enspielen gearbeitet als frühere Generationen. Das kann man als VZ, glaube ich, definitiv so sagen. Gut, machen wir hier erst mal das Ding zu Ende. Karst Latje gegen Chiro. Chiro-Latin. Wir müssen jetzt ja irgendwie da hinkommen, wie konnte es passieren, dass ich 15 Jahre lang glaube, es ist gewonnen und dann ist es doch nur so. Hier gibt es natürlich noch unglaublich viele, unglaublich witzige Warnen. Gut, aber willst du noch mal intuitiv führen? Ja gut, Läufer E8, dachte ich hier so. Nee, nee, das war, das war, allerdings du bist mit Gugger Starr, also von daher gesehen, bist du jetzt auch wieder nicht so schlecht. König F6, Turm G2, Turm H7 und weiß gewinnt. Und wenn ich auf der H-Linie gehe mit dem Turm? Ach, Läufer C5. Ja, dann kann ich dir den irgendwann wegnehmen, genau. Dann nehme ich dir den weg. Also Läufer E8 verliert, aber wichtig ist, das hatten wir mit, nach Läufer E8, König F6, Turm G2, sollte man erst mal Turm H7 machen. Das ist der Angriff gesehen besser, als der Gewinn von dem Läufer. Okay, hier droht ja Matt. Genau, deswegen ist das besser. Und jetzt kann man Turm G7 schaffen, dann gewinnt das. Wie gewinnt man hier? Turm E7. Achso, da können. Boah, mega kompliziert, Carsten. Was ist das denn? Eieieiei. Und irgendwann gewinnt der Läufer. Turm E2, Läufer E5. Ja, boah. Turm E2, Läufer E5 und ich gewinne den Läufer mit Schach. Das wird auch Matt wahrscheinlich. Boah. Das ist doch wirklich alles studienmäßig. So, wir haben das hier. Läufer G2, willst du uns verarschen? Der soll Remier halten. Oder Läufer H1. Ja, und der andere Zug ist Läufer H1. Das sind die beiden. Ja, nee, ist klar. Willst du nicht drauf bekommen? Ja, nee, ist klar. Läufer G2, das sehe ich ja. Ja, es läuft G2, Läufer H1. Alles andere verliert. Okay, warum auch immer. Ja, zeitlich ist es so ein bisschen. Ja, wir müssen jetzt hier das Ding fertig machen. König F6 droht Matt auf C8. König E8 läuft weg. Jetzt Läufer B6 vielleicht. Nein, nicht E6. Läufer B6 droht nichts. Dann wäre das droht Matt. Man muss immer. Druck Matt Tums. Ich rede blöd zum Mann. Ein wichtiger Teil von diesem ganz krass ist, dass der schwarze Turm darf nicht, der schwarze Turm sieht sehr, sehr schlecht. Und der darf nicht aktiv werden, irgendwie. Solange das so ist, ist es sehr gefährlich. Gut, jetzt muss der König der abkommen. Greift ein Turm an. Jetzt läuft immer noch nicht. Aber die Läufer B6, der TUM E3 Schacht. Deswegen gesagt, der Läufer nicht nach E4. Wenn der Läufer nach E4 gegangen wäre, dann würde Läufer B6 jetzt sofort gewinnen. Okay, TUM C5 droht Läufer F6 Schacht. Das sehe ich. Nix Matt. Genau. Müssen wir irgendwie abwehren mit Schwarz. Ich weiß nicht wie. Läufer B7. Ja, einziger Zug. Schacht dahin. Und jetzt Turm C7 gewinnt. Gewinnt die Qualle. Und dann dachte ich halt, dann dachte ich halt 15 Jahre lang, das wäre gewonnen. Aber mit der Mehrqualle. Man gewinnt noch einen weiteren Bauern. König A4. Und man gewinnt dann auch noch einen Bauern am Darm gewinnt. Und dann dachte ich, 15 Jahre lang wäre es gewonnen. Aber es wurde nur Remi. Cine Meier rief an, meinte er hätte es mit sechs Steine TLBs jetzt mal alles durchanalysiert. Und ja, das wurde nur Remi. Ich habe es mit Vincent Kramer noch ein bisschen analysiert, auch dann mit Maschinen und Vincents Ideen. Und wir haben auch einen Fehler in CDs Analyse gefunden. Aber der war aber repagabel. Und wenn du halt so normale Engines mit TLBs Zugriff hierauf ansetzt und dann, was ich, fünf Minuten, zehn Minuten, wie auch immer wartest, dann schießt es sich fest. Aber den TLBs kann man, glaube ich, noch nicht generieren. Das ist ja ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und ein Elfsteiner und der Weiß könnte sich noch drei Springer holen. Das kriegen wir nicht hin. Das sind elf Steine, das ist zu viel. Ja. Und es könnten sich noch zu viel... Ja, aber Carsten, wenn ich mir das anschaue, dann ist doch intuitiv zu sagen, dass das nicht gewinnt, oder? Ich dachte mal, 15 Jahre lang... Aber warum? Aber warum dachtest du, dass das hier gewonnen ist? Naja, es ist auch noch... Es geht schon noch... Man kann ja mit dem König noch nach D4 rum und man kann auch irgendwie rummanövrieren und so. Es gibt schon noch ein paar witzige Weihanden. Ja gut, das verstehe ich. Aber materiell ist es doch schon ein Problem. Du hast recht, du hast recht. Aber selbst CDs Reviebeweisanalyse war falsch. Also da nur zu diesem Thema. Also so ganz... Der Turb ist halt immer noch ziemlich gut, ne? Und wahrscheinlich, ich wollte halt, dass es gewinnt, damit alles gewinnt, damit dann mein Form C7 gewinnt und so. Das hat auch Psychologie natürlich. Ja, selbstverständlich. Aber es ist wohl nur Remi, also... Ja, für mich sieht es eher Remi aus. Okay, du hast da... So... Nein, aber nee, nee. Ich... Weil das einfach so viele... Ja, du hast wohl auch recht. Weiß kann ja nur mit dem Turm und König was machen. Ja, genau. Die Bauern am Darmflügel sind festgelegt. Du läufst mit Köln nach D4, okay, aber dann... Ja, man kann nur noch einiges machen. Man kann nach C5 laufen, aber dann musst du halt... Aber ich habe noch einen A4-Hebel, einen B3-Hebel, oder es gibt auch alle möglichen Beine und ich kann dich dann vom Haken lassen. Aber dein Gegenspiel ist halt, jedenfalls scheint es so, immer schnell genug. Also es ist irgendwie... Stimmt, wenn ich da stehe mit dem König, kann ich A4 in Betracht ziehen und den schlagen. Dann habe ich ihn frei bauen. Du hast natürlich mehr recht. Mehr recht als ich. Ich laber blöd. Naja... Carsten ist Endspielgott. Ich habe euch doch gesagt, das ist Endspielgott. Seit gefühlt 40 Jahren macht er nichts anderes. Trotzdem scheint diese Sterbung Remi zu sein. Kauli, was geht denn da ab hier im Chat? Rasmus klopft nicht an. Keine Sorge. Rasmus, der ist zu Hause. Der ist zu Hause. Der klopft nicht an. So. Also der klingelt. Für eine weitere Aufgabe fehlt uns die Zeit, glaube ich. Wir können ja erstmal gucken, ob wir ein paar Fragen waren. Wir hatten ein paar Fragen. Habt ihr noch Fragen an Carsten? Zwischendurch hatte Lady in Black eine Frage. Lady hatte eine Frage. Wir haben einen leibhaftigen Großmeister hier. Einen absoluten Kenner der Materie. Einen Endspielgott. Ja. Nach Kugelbuch natürlich. Kennst du Kugelbuche, ne? Kugelbuch? Nein. Den Lurch aus Lichterfell. Tja, ich... Nein. Kugelbuch. Lieblingseröffnung. Eröffnung sind ja nicht so mein Spezialgebiet. Gut, in jungen Jahren könnte man sich mit weiß die scharfen Sitze, die so sie in Angriff und scharfen Sitze, jahne, nehmen. Aber das ist schon ein bisschen her, dass ich da so richtig... Aber damit habe ich ja damals so ein bisschen... Interessierst du dich für Mathematik? Die Frage kam zwischendurch. Ja, bin ich noch ein bisschen... Ja, mache ich immer noch mal so ein bisschen zusammen mit Dr. Lampert. Da ist ja der... Ich habe ja Jonas Lampert mal länger trainiert. So habe ich seinen Vater kennengelernt. Der ist ja Philosoph an der Humboldt-Uni und auch ein bisschen Mathematiker. Mit dem mache ich immer noch mal so ein bisschen Mathematik, Grundlagen der Mathematik und so. Ich interessiere mich immer noch für Mathematik und betreibe das hobbymäßig auch mal noch so ein bisschen... Bisschen, ja. Übrigens einfach ein schönes... Auch ein schönes Thema, wo man sich die richtigen Bereiche rauspicken kann, nicht? Dann ist es auch was... Da hat jemand nach der Fan gefragt. Das ist die Fan der aktuellen Stellung hier. Dieser Stellung hier. Die Fan. Ja, wenn ihr einen Gewinn findet für weiß, wäre es natürlich super. Dann müsste ich wieder 20 Veröffentlichungen ändern, aber da hätte ich auch wieder was zu tun und so. Also wer einen Gewinn findet, unbedingt an Georgios Mayland. Wie trainiert... Ja, Carsten trainiert, glaube ich, nicht mehr. Oder Carsten? Ich selbst trainier' ich nicht mehr, nicht mehr. Aber die Jugendlichen... Du machst sehr viel Training miteinander, genau. Du wirst gebucht, häufig als Endspieltrainer. Genau. Ja, zum Beispiel mit Abi, Abi Mario, da habe ich natürlich so ein bisschen... Du weißt, jetzt endlich mal ein bisschen Endspielmaterial und seine Partien gemacht, ne? Das hat auch gut geklappt. Das mache ich natürlich, wollte ich jetzt habe ich noch mit sitzen. Hast du mal, hast du mal die Q-Tests gemacht? Nein. Welch ist das beste Endspielbuch, das nicht von dir ist? Oder generell, welches Endspielbuch würdest du für Anfänger empfehlen? Kann auch von dir sein, ist okay. Okay, für Anfänger, das ist eine ganz andere Frage. Ansonsten, das mit dem besten Endspielbuch ist einfach, das ist Toretskis Endmanual oder die Endspiel-Universität. Zu schwierig aber, für Anfänger. Okay, das ist nicht für Anfänger, aber das ist das beste Endspielbuch, meiner Meinung nach. Oh, für Anfänger ist das die Frage deutlich schwieriger. Welches Buch hast du für Anfänger mal geschrieben? Ja, ich habe geschrieben, Schachendspiele für Kids. Okay. Das kann natürlich aber auch Anfänger nutzen, nicht unbedingt nur Kids, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Der Titel hat der Verlag vorgegeben, da hatte ich keinen Einfluss drauf. Auf Deutsch ist es ja, auf Englisch ist es vielleicht auch ganz gut, weil es Teil der Game of the Kids Serie ist. Auf Deutsch könnte man meinen, der Titel ist vielleicht nicht ganz so glücklich, würde ich auch sagen, aber den hat der Verlag gehört. Das habe ich geschrieben. Und ja, das sind so 50 Lektionen, die wichtigsten Sachen. Das beginnt mit Mattsätzen mit König, Dame gegen König, also schon, ja, dann kommen die ganzen Matts. Ich musste natürlich auch Matts mit Läutern und Springer noch einbauen, aber Gammert hat gesagt, das darf nicht vorne sein, das sind die letzten beiden. Das darf rein, aber es müssen Kapitel 49 und 50 sein, und ich sage, machen wir den Kompromiss. Aber es muss in dem Buch noch drin sein, natürlich. Okay. Denn das gehört für mich noch mal dazu. Mit Läutern und Springer Mattsätzen gehört für mich zur Schacht und können, gehört für mich eigentlich zur Schachtkultur schon noch ein bisschen mit dazu. Da sollte man irgendwie noch wissen, wie es im Prinzip geht, also nicht unbedingt ganz anfängt, wo wir wieder ein Komplett werden. Vielleicht nicht unbedingt ganz Anfänger, aber wenn man nochmal zwei, drei Jahre und vor einem so gespielt hat, dann sollte man das auch immer wissen, denke ich. Okay. Das ist halt, wie das, das ist halt das Thema Anfänger macht es so ein bisschen kribbelig. Sonst soll wohl auch sehr gut sein, die Stappenmethode, das ist aber natürlich nicht einbuchen, das sehe ich nicht nur L-Spieler, ne? Lady in Black hatte zwischendurch eine Frage mit dem, äh... Aber ich bin ein Anfänger, Tränen gaben Bereich auch gar nicht so eine, also gar nicht so kompetent, glaube ich, dass er die machte. Alles gut, chillen. Lady in Black, dort ist irgendeine Frage. Wo ist die? Irgendwas mit, ähm, Smithlove, Turmelspiele. Was, kennst du das Buch? Turmelspiele und Smithlove? Ja, das kenne ich, na. Natürlich. Ja, das ist auch für Fortgeschrittene wahrscheinlich, ja? Ja, das ist für Fortgeschrittene, das kann immer noch empfohlen werden, es enthält, allerdings, äh, sollte man da kritisch sein, es enthält natürlich mit der Engine geprüften Reifen. Ja, logisch, äh, hellere Bücher natürlich sowieso Fehler klar. Genau. Aber, es ist ein gutes Buch, also ich, da, äh... Smithlove war unglaublich, äh, 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 endspiel experte wird ruse und besonders gut in den turm endspielen und sein buch mit löwenfisch kann man durch arbeiten ich würde da sonst habe ich erst mal die universität fehlen weil die natürlich fast keine fehler enthält und so weiter und alle entspiele bringt und so weiter aber klar ist es auch schön selbst gs endgames strategy natürlich sehr speziell nach bestimmten büchern frage ist auch auch gut natürlich nur für an denn das sind wir haben das problem natürlich das ist auch ein gutes buch und das sollte man als vereinsspieler von 19 2000 hat dann unbedingt auch mal machen für anfänger allerdings glaube ich ist es wieder nicht so geil das ist nicht generell mit den endspielen so ein bisschen so eine sache als anfänger und kann man halt mit der damen macht setzt man noch gewisse sachen aber dann haben andere sachen erstmal priorität man sollte machen wenn man noch taktische probleme haben wieder figuren einstellt der macht natürlich keinen sinn jetzt nur das entspielen zu passieren muss ja erst mal die endspiele überhaupt kommen kugelbuch fragt dich kennst du das treppen hat treppen moment nein kenne ich nicht was ist das treppen zu verarschen was ist das julian hosp gedächtnis schauspielerei hier was das denn ja das problem ist mit dem ich kenne natürlich vor allem die begriffe die ich selbst verwende schach 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 matt auf der grundreihe mit zwei schwerfiguren acht mit zwei türmen ach so dass man da und das nächste treppen hat da kannst du sehen dass ich glaube dass man mit zwei firmen oder das kommt entweder nicht vor ich habe mir es nicht so genau angesehen also aber für dem endspiel ist natürlich auch ein gutes werben großen für den mensch ist auch gutes buch und wäre tendenziell wohl auch für anfänger ja aber was benutzt du normalerweise für treppenmann das kommt bei mir gar nicht vor weil das wenn ich mit abimanyu training mache dann dann habe ich ja gemacht mit springer leuten macht jetzt hat er mir einmal gezeigt dass es kann dann haben wir kurz zwei springer gegen bauer geguckt aber das andere haben wir doch alles gar nicht geguckt also macht mit zwei schwertigonen gucke ich doch mit diesen leuten gar nicht zu geil zu geil es das ist höhere mathematik die er betreibt sondern er macht nicht irgendwie eins plus eins ist zwei so ne das ist höhere mathematik jetzt wird nicht mehr gemacht was ist das denn eins plus eins ist zwei doktor der mathematik was ist das ja alles gut alles gut das ist halt das problem in gewissem sinne wenn ich das nie mache dann kann ich natürlich auch die begriffe nicht dazu alles gut alles gut alles gut so wir haben noch zeit für ein zwei fragen leute ja die bücher signieren wir ihr könnt gerne das hätte ich schon wieder vergessen über nein ich nicht ich habe das nicht vergessen bist du sehr ausgebucht lassen ihr könnt den buchen für 50 euro die stelle nee alles alles was sind carsten von den büchern von hübner naja ich weiß nicht so viele bücher gibt es von büchern 55 feiste fehler ist noch ganz ist noch ganz okay also das kann man das kann man nicht mal ansehen das kann man durchgehen hat auch der hübner schocken hoher kommt da durch und so aber er hat 25 annotated games darüber das glaube ich ein bisschen übertrieben einfach hatte den ansatz über die also hat er noch ein buch geschrieben über die weltmeisterschaft nicht das ist auch ganz selber steinitz gegen laske weltmeisterschaften oder so das ist auch ganz auch ganz gute machen natürlich auch gut war früher seine kolumne abfall im chef des magazine lieber auch wenn er so loslegt und es kommt dann ist er ganz wenn er seinen seinen humor gut rüber bringt dann dann ist es ganz gut nur dass in 25 annotated games fehlt das irgendwie so ein bisschen hat er glaube ich auch absichtlich da hat er absichtlich alles gespart und nur sich auf schachliche fokussiert das finde ich ein bisschen schade dafür auch mir dann so ein bisschen die anekdoten oder der humor oder die witze oder so wenn nur diese unmengen an varianten kommen dann ist es sogar mir ein bisschen zu machen wir eine letzte frage zwischendurch kam ich frage hast du schon mal was mit allerletzte frage leute ich muss keine fragen mehr posten hast du schon was mit magnus zu tun gehabt man muss kann nicht direkt ich kenne ihn auch nicht persönlich aber er hat natürlich die beste werbung für fundamental chess endings gemacht wie es überhaupt gibt in dem war das sein abgegriffenes exemplar daneben das brett werden der trainingsspartier nach 100 match gelegt hat und das ist natürlich eine werbung für ein buch die man niemals machen können immer noch nicht kaufen doch kann man wie kann es auch oder dann also dann das müssen wir natürlich dann müssen wir durch anrufen ja das kann wirklich was man muss kann schon lange und ist auch ziemlich aus abgeranzt also ok also ok also ja carsten müller und frank lamprecht fundamental chess endings fce das ist ein klassiker leute da ist alles drin ihr seht schon an der breite des buches alles was man braucht zu entspielen kompakt alles wissenswerte wahrscheinlich kriegt man dass ich vermute mal bei amazon so ein buch weil er schon älter ist vermutlich für ganz wenig euro vermutlich oder ich vermute man könnte mal guckt mal bei amazon leute und wenn ihr das buch bestellt benutzt ein meiner affiliate links vielen vielen dank für die weiteren subs zyri 123 fundamental chess endings super buch und nicht so super anspruch soll wie dvoretskes endgame manual was wirklich so eher so ist was nur kommende großmeister eigentlich durchaus aber das ist das ist wirklich da habe ich sogar früher früher sehr viel gearbeitet früher inzwischen bin ich froh wenn ich überhaupt was machen carsten es war mir eine große freude guckt einfach mal bei dingens nach bei amazon wie bei solcher älteren bücher gibt es zu verschiedenen preisen kann also dass das total preiswert zu haben ist einfach mal gucken ist möglich ja das würde es ja auch neu noch geben also das wäre ich möglich das ist das ja so viel vielen dank lassen super nett dass du da warst ich würde dich noch bitten die bücher zu signieren ich gebe dir mal dazu normalen kugelschreiber was sonst normalen kugelschreiber ich guck mal und da würde ich ihn auch zur tür raus bitten weil ich kann der rasmus waren da viele grüße an rasmus mit dem haben wir ja früher hin und wieder auch mal ein spiel training gemacht bis er dann irgendwann viel zu stark für mich will zurzeit ist ja auch irgendwie gut dass die wollen die ich habe die schüler so auch deutlich besser werden als ich das finde ich auch schon mal sehr gut und nicht unbedingt werbung schlechter werde sondern dadurch dass die bei luis liebes ja auch ganz gut in magdeburg der maß ist gewonnen som sagt kommt gleich genau das so wir signieren noch die bücher mit karsten ich bin gleich wieder da bei euch ein zwei minuten pause und der nächste gast ist der liebe rasmus som sagt ich gebe euch mal hier eine studie das ist eine partie das ist das ist ja wobei es natürlich auch wenn du das kannst aber das ist natürlich also unglück unlösbar das ist schwarz das sind ja nur noch das wären nur beispiele gewesen ja auch die aufgaben haben dann könnt ihr noch mal machen hier diese studie von pervakov den anfang wie gewinnt hier weiß eine kleine wiederholung war eine schöne studie gemeinsam gemacht hat danke carsten wir sehen hier noch die bücher